Und wir haben die Worte der Propheten. Darum wird euch der Herr ein Zeichen geben. Die Jungfrau wird ein Kind bekommen, einen Sohn, und sie wird ihn Immanuel nennen. Er spricht 1, 2, 3, 5 Uhr. Wo ist denn das Hektisch? Wir sind ein Hektisch. Vor seinen Augen wuchs er auf wie ein junger Spross, wie ein Trieb aus dem Boden. Er sah nicht so aus, dass wir Gefallen fanden an ihm. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Allen, die an seinen Namen glauben. Aber ich müsste von dir getauft werden. Lass es nur zu, Johannes, denn nur auf diese Weise ist es möglich, die Gerechtigkeit voll und ganz zu erfüllen. Jeschua, ich taufe dich. Kaum war Jesus getauft, stieg er aus dem Wasser. Es serait im determines Wenn du das vor publicationierst, ist es Total Kostsheim für so. Sagen? Tja, es wäre irgendwie gereist. Vielen Dank.